Hallo! Iontophorese ist eine wissenschaftlich belegte Methode zur Behandlung von Hyperhidrose, übermäßigem Schwitzen, an Händen, Füßen und Achselhöhlen. Während einer Iontophorese-Behandlung wird ein medizinisches Gerät genutzt, um einen leichten elektrischen Strom durch Wasser zu leiten, während der betroffene Körperteil darin eingetaucht ist. Es treten keine signifikanten oder schwerwiegenden Nebenwirkungen auf, und die Vorteile sind langanhaltend, sofern die Behandlungen regelmäßig durchgeführt werden. Ergebnisse können bereits nach 1 bis 2 Wochen sichtbar sein. Im Paket enthalten sind unser Gerät Hydroxa SA20, ein großes und ein kleines Paar Elektroden, für die Behandlung von Händen, Füßen und Achselhöhlen, ein Ladegerät, wiederaufladbare Batterien sowie zwei Plastikbehälter. Bitte beachten Sie! Sie sollten das Gerät nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher haben oder Metallimplantate in Ihrem Körper tragen. Das Gerät kann jedoch genutzt werden, wenn Sie stillen. Lassen Sie uns beginnen. Bitte überprüfen Sie, ob die Elektrodenkabel an die Elektroden und das Gerät angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht mit dem Gerät verbunden ist. Füllen Sie danach Wasser in die Plastikbehälter. Achten Sie darauf, dass das Wasser den zu behandelnden Bereich bedeckt, aber nicht darüber hinausgeht. Geben Sie einen Teelöffel Salz in das Wasser jedes Behälters. Wir empfehlen dies ausdrücklich. Vergessen Sie nicht, vor Beginn der Behandlung allen Schmuck, Piercings und Kleidung mit Metallteilen abzulegen. Platzieren Sie nun die Elektroden in jedem Behälter. Wir empfehlen, zu Beginn der Behandlung gepulsten Strom zu verwenden, da dieser angenehmer ist und es ermöglicht, höhere Stromstärken zu erreichen und schneller Ergebnisse zu erzielen. Stellen Sie den Strom ein. Das Stromniveau sollte erhöht werden, bis Unbehagen spürbar ist und dann etwas unter dieses Niveau gesenkt werden. Eine Behandlung sollte nicht schmerzhaft sein. Es gibt keine einheitlichen Einstellungen, die für jeden passen. Wir empfehlen, systematisch verschiedene Einstellungen auszuprobieren, um die für Sie passende zu finden. Kontaktieren Sie uns jederzeit, wenn Sie Hilfe benötigen. Nun sind Sie bereit, mit Ihrer Behandlung zu beginnen. Legen Sie jede Hand auf eine Elektrode, jeweils in einem Behälter. Dies startet die Behandlungssitzung. Es wird nicht empfohlen, Ihre Hände oder Füße während der Behandlung aus dem Wasser zu heben, da dies Unbehagen verursachen kann. Während Sie Ihre Hände im Wasser halten, bitten Sie am besten jemanden um Hilfe, um das Stromniveau einzustellen, insbesondere bei Ihrer ersten Behandlung. Das Gerät hat einen Timer und beendet die Behandlung automatisch nach 20 Minuten. Für Achselhöhlen und Handflächen empfehlen wir eine 20-minütige Behandlung täglich, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Für die Füße empfehlen wir 20 bis 40 Minuten täglich. Nach Beendigung der Behandlung schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie die Elektroden aus dem Wasser und ziehen Sie die roten und schwarzen Kabel von den Elektroden ab, leeren Sie die Behälter und waschen Sie die Elektrodenhöhlen in lauwarmem Wasser. Lassen Sie die Elektroden in den Höhlen, während Sie sie waschen, da es sonst schwierig sein kann, sie wieder einzusetzen. Legen Sie sie anschließend zum Trocknen beiseite. Die Kabel können in den Elektroden belassen werden, um Abnutzung zu vermeiden. Abnutzung zu vermeiden, wenn Sie das konstruierden, um Abnutzung zu vermeiden. Abnutzung zu vermeiden, einen Charme, Es wird noch nicht gering, sondern wir mit der Kabel können in den letzten um Abnutzung zu vermeiden. In den Kontakaten werden, eine Kabel be间 perreistant, um Abnutzung zu vermeiden. zum nächsten Mal, nachdem wünschen Sie das glücklich hat, Hier forefrontst danke, Untertitelung des ZDF, 2020